Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Challenge Rifts. Wir befinden uns mittlerweile in Woche 202 und mit dabei ist der Max. Hallihallo. Ja, Hallöchen. Ihr seht schon, wir spielen meine Lieblingsklasse. Deswegen mache ich den ganzen Guide-Teil heute wieder, weil ich euch das mit am besten erklären kann. Deiner Spaß am Rante. Ich glaube, wir sollten mal wieder Wochen wechseln. Also, deiner Spaß am Rante. Für langfristige Zuschauer kennt das Prinzip. Hexendoktor ist meine absolute schönste und lieblingsspielbare Klasse. Nicht, bitte großschreiben, in Anführungszeichen, und unterstreichen. Fett und kursiv dazu. Ihr seht, das Ganze ist wieder kein Set, sondern wir spielen das Ganze wieder mit dem Vermächtnis der Träume und dem Ring der Leere primär. Das war es im Grunde schon zu dem ganzen Bild zu sagen, weil der Rest sind einfach nur ein bisschen mehr Schaden für Dina oder nur, weil es halt ein uraltes Altergegenstand ist, der ein bisschen mehr Schaden macht. Massakerbonus und Gold vom Himmel fallen lassen bringt gar nichts für die Handschuhe. Mehr Heilkugeln ist auch nicht relevant. Eben, wenn du schon so ein halbes Bild machst. Tasca und Theo. Tasca und Theo. Genau, genau, das ist richtig. Ja, ähm, ansonsten, ja, reduziert den Schaden mit Seelenernte ist ganz nett, nochmal auf den Handgelenken. Ansonsten können wir mal kurz über das alles drüber hauern. Flechtring ist auch nicht relevant. Äh, der Schweinemörder ist nicht relevant. Die Füße sind nicht relevant. Das ist alles nur auf den Ring ausgelegt, also auf den Stein. Was noch ganz nett ist, ist unser, äh, Waffen-Item im Würfel. Das macht ein bisschen mehr Schaden. Oh, hier fliegt gleich das Haus weg. Es stürmt ein wenig, aber ist okay. Äh, also wenn ihr was im Hintergrund hört an Geräuschen, sorry dafür. Ist das echt heftig am Stürmen momentan. Ähm, wo waren wir drin geblieben? Aquila-Curas ist halt nochmal Schadensreduce. Das ist mir aufgefallen im Proberan. Sterben könnt ihr so gut wie nicht, weil, ja. Sofern es an ist. Genau, weil sofern alles da ist und der Schaden nochmal auf die Zombiehunde und alles abgelegt wird, ist halt ganz nice. Also worum geht es? Ihr drückt quasi einfach Geistesperrfeuer. Das hält 20 Sekunden lang an. Dieses komische Gewoppel macht halt ein bisschen Schaden hier, ne. Und dazu kommt dann eure, kommt der Ring. Und so weiter ist der Ring mit den Sachen Heimsuchung, müsst ihr drücken. Heimsuchung habt ihr hier auf links klicken. Und damit macht ihr massiv mehr Schaden nochmal. Betroffene Gegner machen nochmal oder nehmen nochmal 250% mehr Schaden. Und das in Kombination mit dem Ganzen drum und dran von dem Stein, mit dem Set. Also es geht hier natürlich noch weitaus mehr an Schadensbonus. Also wenn ihr überall uralte Gegenstände anhaben würdet, hättet ihr echt nochmal einigeres Prozente mehr, was nochmal mehr Schaden macht. Was natürlich nach dem Patch und nach der Season nicht zu vernachlässigen wäre, wäre euer Begleiter, den ihr regulär hättet, ja. Der hat zwar nur Schrott an, bis auf die Halskette, das wäre doppelte Belohn-Effekte. Ist halt für den Rift ganz nice, wenn die doppelt so lange anhalten. Wir haben es jetzt nicht, deswegen ist es für uns etwas schwieriger in Anführungszeichen. Aber ist alles machbar. So, ich glaube ich habe lange genug gelabert. Ich habe nochmal ganz schnell über die Fähigkeiten drüber. Und den Rest erklären wir in-game im Guide-Teil. Hau rein, Max. Hau rein. Ja, also ganz einfach, ihr kennt das Prinzip meistens, ihr drückt hier Seelen-Ernte, wenn ihr ein paar Stacks habt, ruft den Kolossen, alles herbei. Drückt einmal, wie gesagt, euer Rechtsklick und braucht dann nur noch hier Linksklick ein bisschen reinhalten. Und guckt, dass ihr alles nachher nach aufrecht haltet. Gerade die Seelen-Ernte sollte möglichst nicht ablaufen. Ihr seht schon, das Gewabbel über dem Kopf bleibt automatisch bestehen. Wenn ihr das nicht mehr haben solltet, einfach mal reingucken. Habt natürlich auch Fall 1 noch, der Geistwandler drin. Das ist natürlich ganz nett, um aus welchen Ausweg-Situationen rauszukommen, wenn ihr was habt, so wie das hier zum Beispiel. Oder mal gewurzelt werden solltet oder was, whatever. Also gibt es genügend Möglichkeiten, wo man das einsetzen kann. Und ihr seht schon. Das Tolle an hier Porn, wie auch immer es auf Deutsch heißt. Aus Heimsuchung meinst du? Ja genau, Heimsuchung. Dass es entsprechend, wenn ein Gegner stirbt, der davon betroffen wurde, dass es weiter fliegt. Das heißt, ihr könnt halt so plus minus 10 Horns einfach mit euch rumziehen. Weil, ja, solange ihr den Gegner in Sicht habt, sucht sich das automatisch ein neues Ziel. Dass es echt wunderbar ist. So sollte es funktionieren. Ja, ihr seht es teilweise, wie es einfach überspringt, wenn ein Gegner stirbt. Das ist echt nett und gut gemacht dafür. Wie gesagt, vergesst nicht, die Seelen-Ernte aufrecht zu halten. Ich hab es schon wieder auslaufen lassen. Ist nicht ganz so gut. Ähm, aber ja. Aber es ist ein zweiter auch ein bisschen schwerer, weil... Ja, vielleicht stirbt der Mobgrad, wenn du bis dahin hingelaufen bist und sowas, ne. Aber, ja. So, aber es läuft deutlich besser als ein Robo ran. Deswegen machen wir sowas immer, um euch schon die besten Taktiken zu verraten. Und im Nachteil gibt es natürlich auch noch was. So. So ist es. Ich blende euch hier nebenbei schon mal die Karte ein. Wir sind jetzt schon wieder auf der letzten Ebene. Wie fehlt er dir irgendwie gerade noch so ein richtig schöner, massiver AOE-Effekt, der einfach bumm macht. Weißt du? Wo die Mobs einfach platzen. Ja, das nennt sich... Den vermitteln sich so ein bisschen hier. Das nennt sich Jade-Hexen-Doktor und das passiert, wenn du Seelen-Ernten drückst. Ja, genau. Also ihr seht es einfach zum Schildpilot und dann runterlaufen. Äh, ja. Der Rest lohnt sich nicht. Da sind nur kleine Mobs, da ist kein Boss dabei. Ist echt irrelevant. So, jetzt müssen wir da. Ist die gelbe Fliege, die musst du hier ein bisschen draus sondern. Ist ein bisschen doof zu hitten, aber es geht. Ja, ging definitiv. Das ging deutlich schneller als vorhin im Probe-Run. Da haben wir ewig rumgezergt. Und jetzt ist das natürlich echt nett, wenn ihr natürlich den Begleiter habt und Solo spielen würdet. Und Solo dann halt echt doppelt so lang den Effekt anhält. Andererseits haben wir den Effekt jetzt hier zweimal, aber ja. Heißt einfach nur noch durchlaufen. Beides von Nachteile. Genau. Vergesst aber auch hierbei nicht, auch wenn die Mobs einfach sterben, nicht die Seelen-Ernte aufzufrischen. Ja, immer mal wieder. Und dann blenden wir kurz ein, einfach hochlaufen. Ja, geradeaus hoch. Wir nehmen es noch ein bisschen mit, versuchen es noch. Ah, ist ausgelaufen. Für die Gruppe wäre es halt echt nice. Weil hier gelb und blau, ihr seht, was hier alles kommt. Ja, und da haben wir den Laser und die ist Festwurzel. Das ist nicht nett, aber Geistwandler regelt das. Und auch das lief gerade besser als im Probe-Run. Ja. Ja, also die Gruppe ist echt ein bisschen böse, da müsst ihr aufpassen. Wie gesagt, Solo habt ihr kein Problem, da haut ihr die einfach mit dem Verbindungspylon weg. Ansonsten kann ich euch einen Tipp geben, wenn ihr zu zweit, zu dritt seid. Lauft einfach ein Stück nach oben, kommt gleich noch ein Pylon. Den könnt ihr mitnehmen. Max hat ihn gerade aktiviert. Und dann geht das auch mit Speed besser. So, ja, was gibt es sonst noch großartig zu sagen? Nichts wirklich viel. Also, das ist ein einfacher Bild. Ein sehr statischer Bild, sag ich mal. Ihr braucht nicht viel machen. Rechtsklick, linksklick, das war's. Bzw. links gedrückt halten. Der Rest regelt nicht von alleine. Ab und zu mal euren Koloss wieder beschweren, weil der... Meiner als Achtens stirbt relativ schnell oder ist einfach weg. Aber ja. Uh. Genau. Ansonsten, Season läuft, muss ich sagen. Alles ein bisschen offscreen leider. Weil dafür momentan die Zeit ein bisschen fehlt. Aber ansonsten, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, könnt ihr das natürlich wie immer in die Kommentare schreiben. Und der Boss, die komische Maid hier, ist auch relativ zügig von uns gegangen. Und dann haben wir derzeit eine Zeit von... Ah, 4,49. Wird keine Bestzeit sein. Oh, bei 47. 47. Naja, so ein bisschen. Wir überlegen uns noch was, um uns irgendwie in die Top 10 reinzuquetschen. 20 Sekunden kriegen wir bestimmt noch hin. Ansonsten würde ich sagen, war's das vorerst. Wir sehen uns gleich im Nachtrag. Ja, willkommen zu unserem guten Nachtrag. Ihr seht's. Die Zeit hat sich ein wenig verbessert. Wir sind circa eine Minute schneller geworden. Aber wir stehen an derselben Stelle. Was haben wir verbessert? Gucken wir mal kurz Leaderboard an. Platz 1 ist uns vorerst sicher. Ja, da kommen noch andere Leute. Wir sind wieder sehr früh am Dienstag da. Ja, wir stehen relativ zeitnah oder zeitgleich am selben Punkt. Wir haben das einfach aufgeteilt. Also Ebene 1 relativ zügig gleichzeitig klärt. Ab dem Schildpylon, wo die Yetis stehen, hat Max mir geholfen, dem ersten Yeti, den zweiten leicht angehlt, sodass der Max dann weitergelaufen ist bis zum ebenen Ende. Ich hab die Yetis getötet, bin nachgelaufen, hab dann die drei Skelette oder was es waren getötet oder Zombies. Ja, die Zombies. Genau, Max ist vorgepusht, hat dann auf Ebene 3 die Fliege gemacht. Ich hab die blauen auf Ebene 2 gemacht. Ich bin durchs Portal, hab angesagt, hier, ich komm durchs Portal, bin durch, lauf weiter. Max ist vorgelaufen. Ich hab die Fliege gemacht, ganz normal, easy going. Max hat den Pritzelpilot und den Verbindungspilot nicht angeklickt. Ich hab erst die Fliege gekleert, bisschen Trash gekleert, geguckt, dass Max weit genug vorgelaufen ist. Hab dann angeklickt, dass Max hier auf dieser Ebene quasi unten nämlich die Spinnen und den irgendwas anders töten kann. Ich weiß gar nicht, was es war für ein gelber Mob. Ein Lacuni. Ja, so ein Lacuni, so ein großer. Ja, so ein Lacuni mit seinen Idioten und den ganzen Dingern hier unten töten kann. Ich hatte das Glück, dass ich auch gerade noch so mit den letzten 3, 4 Sekunden vom Verbindung reinkam, was echt nochmal geholfen hat. Dann sind wir vorgepusht, hier oben beim Speed ist nochmal ein blauer und hier oben waren nochmal zwei blaue und damit sind wir durchgekommen. Solltet euch das Ganze nicht reichen und ihr braucht noch Trash, lauft nach oben weiter unten in der Sackgasse. Nach oben geht's nochmal so einmal links rum und dann geht's auf Ebene 4, 5 schon, auf Ebene 5. Ja, und Ebene 5 braucht ihr nur nach oben laufen, habt ihr da auch noch eine blaue Gruppe. Also daher solltet euch das reichen. Das ist so unsere Taktik gewesen, die wir jetzt veranstaltet haben, die eigentlich in relativ vielen Challenger-Rifts wieder funktioniert. Die musst du mal ein bisschen üben und gucken. Ja, gerade bei zwei Spielern halt. Gerade bei zwei Spielern, ja. Musst du halt ein bisschen gucken, was, wann, wo, wie. Das muss man ein bisschen timen. Auch diesen Run haben wir quasi jetzt zweimal gemacht oder dreimal gemacht. Unsere erste Zeit war Platz 3 oder 4, das hat uns aber nicht gereicht, deswegen haben wir nochmal nachgelegt. Ja, und sind dadurch jetzt eine Minute schneller geworden als zum Beginn. Wie gesagt, es ist einfach nur alles einmal drücken, einmal rechtsklick drücken und dann linksklick festhalten und dann wird dadurch alles nach und nach gekleert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal eine etwas längere Folge, aber es passiert halt, wenn der Challenge-Rift knapp vier Minuten ist. Ja, bei Fragen, Anregungen gerne in die Kommentare und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche zum nächsten Lifts einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin. Bis dahin.